Seit dem Buch Darm mit Charme von Julia Enders ist der Darm immer mehr ins Rampenlicht gerückt. Auch ich möchte heute ein paar revolutionäre Erkenntnisse zum Thema Darm vermitteln. Konkret schauen wir uns sieben Fakten an die zeigen, dass unser Darm in direktem Zusammenhang mit unseren Gefühlen und unserem Denken steht. Wie das genau geht, erfährst du jetzt. Erstens, dank dem Vagusnerv ist unser Darm direkt mit unserem Gehirn gekoppelt. So kann beispielsweise Ekel dazu führen, dass du umgehend den Appetit verlierst. Angenommen du siehst etwas, was dich anwidert, verändert sich deine Mimik. Du verziehst dein Gesicht und prompt landet ein Signal in deinem Verdauungstrakt mit der Botschaft, keinen Hunger mehr. Zweitens, Stress kann unsere Darmtätigkeit stören. Der Stressnerv-Sympathikus versetzt unseren Körper in Alarmbereitschaft. Wenn du zu oft und zu lange unter Stress stehst, kann deine Verdauung negativ beeinträchtigt werden. Es lohnt sich also durchaus für ausreichend Entspannung im Alltag zu sorgen. Drittens, eine intakte Darmflora für besseren Schlaf und weniger Ängste. Unglaublich aber wahr, Forscher konnten nachweisen, dass durch den Mangel eines speziellen Hirnbotenstoffs, der unter anderem durch Darmbakterien produziert wird, Ängste und Schlafprobleme ausgelöst werden können. Es ist naheliegend, dass zukünftig Therapien mit Probiotika behandelt werden könnten. Viertens, Entscheidungen sind meist das Ergebnis von Kopf und Darm. Über die Inselrinde im Gehirn werden Informationen aus dem Magendarmtrakt verarbeitet. Während wir früher damit hauptsächlich unsere Nahrung beurteilt haben, essbar ja oder nein, spielt die Inselrinde heute eine wichtige Rolle, wenn es um Bauchentscheidungen geht. Würdest du jedoch nur nach deinem Bauchgefühl handeln, könnte dies fatale Folgen haben. Vor lauter Verliebtheit würdest du womöglich einen Verbrecher heiraten. Das gleiche gilt für rationales Denken. Mit reinem Verstand würdest du vielleicht nie einen passenden Mann finden, da es Mr. Perfekt womöglich nicht gibt. Nur dank Kopf- und Darmabsprache sind wir schließlich in der Lage, Entscheidungen zu treffen, die uns weiterbringen. Fünftens, Sucht entsteht nicht nur im Kopf, der Darm hilft mit. Nicht selten fragt man sich, warum man die Tafel Schokolade nun doch wieder gegessen hat, obwohl man eigentlich abnehmen möchte. Die Erklärung liegt in unserer Vergangenheit. Unsere Vorfahren konnten nicht im Supermarkt einkaufen gehen, sondern haben um ihr Überleben gekämpft. Damit genügend Fettpolster für schlechte Zeiten gesammelt wurden, hat das Gehirn mithilfe des Darms fettreiche Nahrung mit Dopaminglücksgefühlen belohnt. Die Zeiten haben sich geändert, doch die Dopaminausschüttung funktioniert noch immer bei Fett und Zucker. Sechstens. Darmbakterien nehmen Einfluss auf unsere Emotionen. So scheint es zumindest, traut man einer Studie mit Mäusen. Es konnte nachgewiesen werden, dass Introvertiertheit und Extrovertiertheit und somit die Persönlichkeit von der Darmflora mitbestimmt wird. Gab man den zurückhaltenden Mäusen die Darmbakterien der risikoliebenden Artgenossen, änderte sich ihr Verhalten. Sie wurden auch risikofreudiger. Würde dieser Zusammenhang auch für den Menschen zutreffen, könnten psychische Störungen mit Darmbakterien therapiert werden. Noch ist dieser Ansatz Zukunftsmusik. Siebtens. Unser Darm reguliert zu 80% unsere Immunabwehr. Unsere Darmflora wiegt zwischen einem halben Kilogramm und zwei Kilogramm, je nach Größe und Gewicht. Und man sollte sie nicht unterschätzen. Im Darm sitzen sehr viele Immunzellen, die nicht nur dafür sorgen, dass beispielsweise Gifte über wässrigen Durchfall ausgeschieden werden, sondern auch, dass du dich schlapp und müde fühlst. Und das zu deinem Vorteil, denn damit verhinderst du, dass du in einer geschwächten Phase noch weiter angesteckt wirst. Dein Darm mithilfe des Gehirns verordnet dir sozusagen Bettruhe. Zu guter Letzt noch ein Tipp. Du möchtest die Kommunikation zwischen deinem Darm und deinem Gehirn fördern? Yoga und Meditation regen deine Darm-Hirn-Verbindung an. Doch auch langsames und bewusstes Essen aktiviert die Verbindung und führt zu mehr Gesundheit und einer gestärkten Psyche. Schließlich ist es wichtig, auf eine ausgewogene Darmflora zu achten. Wie du deine Darmflora aufbauen kannst, erfährst du in wenigen Sekunden in meinem nächsten Video. Wie sorgst du für einen gesunden Darm? Sag es mir in den Kommentaren unten und teile deine Erfahrungen. Dir hat mein Video gefallen. Ich freue mich über jeden Daumen nach oben. Du möchtest kein Video von mir mehr verpassen? Dann drücke jetzt den Abonnieren-Knopf und schon wirst du benachrichtigt, wenn ich ein neues Video online stelle. Viel Gesundheit, deine Caro von Vital Schnabel und bis zum nächsten Mal.